Wir starten gleich in das heutige Live-Seminar von Geldbildung hier in Frankfurt. Das ist unser Seminarraum. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich freue mich auf die Teilnehmer. Wir haben vom Seminarraum aus entsprechend auch einen sensationellen Blick auf die Frankfurter Skyline, wobei der Blick natürlich hoffentlich nicht zu sehr von den Seminareinheiten und den Diskussionen unter den Teilnehmern entsprechend ablenkt. Aber ich zeige dir den Blick nochmal ganz kurz. Und wenn du auch mal bei einem Live-Seminar von Geldbildung dabei sein möchtest, es gibt Seminare im gesamten deutschsprachigen Raum, dann findest du unter diesem Video entsprechend einen Link zur Übersicht mit den Terminen. Jetzt zeige ich dir aber noch entsprechend die Frankfurter Skyline, weil das ist in jedem Fall sehenswert, der Blick vom Seminarraum. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag.